Ich weiß, alle, die mit uns spielen, schauen nachher wahrscheinlich ins Spielmann. Ja. Alter, es ist so immer wieder wichtiges Please geben und nicht so eine Scheiß abklatschen. Wieso habe ich einen Schneeball und andere haben eine Axt? Weil ich meinen Schneeball weggeworfen habe. Ach, das ist doch scheiße. Ach, da ist er wieder. Wieso bin ich jetzt runtergeflogen? Keiner hat das bei mir abgebaut. Doch, nein, ich habe mit Schneeballen geworfen. Ach so, was ist dann, wenn man eintrifft? Dann schleudert es den Club weg. Also, ich mührt mich kurz, damit jeder die gleichen Voraussetzungen hat für den Stream. Weil. Loll. Was? Nicht. Loll, die ist einfach wieder hochgechumpt. So ein Cheater. Loll, die ist einfach wieder hochgechumpt. So, ich bin jetzt gemütet, liebe Leute. Und Thomas hat sich hier für dieses Spiel entschieden. Alle Spiele sind original verpackt. Das ist, ich zeig's dir mal ganz kurz. Warte, ich muss hin, wenn's steht. Loll, ich kann mich einfach die ganze Zeit wieder hochboosten. Das hier. Loll, ich kann nicht mehr sprechen. Das ist Hidden Path of Fairy. Und es ist ein spannendes Wimmelbildspiel aus dem Reich der Märchen. Ja. Gut. Wie könnt ihr gewinnen? Natürlich, was ist ein bisschen eine Verarsche. Äh, schreibt was einfallsreiches in die Kommentare. So, ein Drecksspiel. So. Drecksspiel. Ein Drecksspiel. Ja. Ich bin jetzt ein Drecksspiel. Boah, ey, ich hasse Tiers. Ja, sehr gut. User was moved to your channel, timed out. User joined your channel. Warum? Warum im Stream? Boah. Ja. Warum stürzt der TS im Stream ab? Ohne Scheiß. User was moved to your channel. Ohne Scheiß jetzt. Was ist denn? Warum stürzt der TS im Stream ab? Thomas hat ja heute schon mindestens fünfmal abgestürzt, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Juli, ich hab was ideenreiches geschrieben. Scheiß. Wow. Das war voll scheiße, da war so eine TSZ in dem Game. Die konnte ich einfach jedes Mal, wenn sie runtergefahren ist, wieder hochboosten. Ja, das nennt sich auch Freihack. Was ist denn das jetzt für ein Game? Endball. Endball. Und mit den Waterbonds könnt ihr eure Kollegen, äh, Collagen, wieder, äh, wiederbeleben. Ja, was habe ich? Thomas, du hast schon mal nicht gewonnen. Warum? Weil das kein einfallsreicher Kommentar war. Doch, einfallsreich. Wer wird, wer wird denken, dass das aussieht wie ein Penis? Was ist das für dich einfallsreich, bitte? Juli. Aber was gibt ein einfallsreiches? Was soll man ein einfallsreiches schreiben? Ich bin schwanger. Ja, Juli hat gesagt, irgendwas einfallsreich. Ja, ich bin tot, ich bin tot. Janis, ich steh, ich sie nehm dir. Annal, du bist gar nicht in meinem Team. Nee. Oh, lol. Juli, was, was? Welches Team ist seit ihr? Ich hab das angetötet. Juli, was ist für dich einfallsreich? Ja, einfallsreich. Ja, das war doch einfallsreich. Eh. Dann, was gibt's für einfallsreiches? Boah, meine Pizza wird kalt. Ja, dann ess doch. Aber mal, das knuspert so. Ich glaub, das ist das Spiel, wo wir Dingens machen, wo wir, äh, nirgends... Juli, das ist doch jetzt einfallsreich, oder? Ein Döner hat die Form eines Julis. Das alles fehlt an Letzt. Diese Aussage ist nicht wahr und deshalb kannst du mich mal mal ausschlecken. Das ist nicht so einfallsreich. Was habt ihr eigentlich gegen einfallsreich? Na ja, da find ich das von Monalia besser. Ja, das ist Gens. Wir müssen uns verstecken, Punkt. Wir müssen uns verstecken, Punkt. Und wo ist der Punkt jetzt? Weißt du, wir uns verstecken müssen? Was muss man denn hier machen? Einfach nur weg, dann darf ich von... Du musst dich verstecken. Man darf, man darf nicht von den Drachen arrestieren. Doch, du bist hier, Lisa. Von welchen Drachen auch von dem? Ha? Ha? Lass mich anformeln, ha? Jetzt müssen wir uns nicht ausziehen, ja? Ich hab's genau gemeint. Oh, Leute, wie viele sind denn das bitte? Eins und... Zwei. Freiwillig. Das sind drei, vier, fünf, sechs... Kleiner Typ, wenn ihr nach oben geschleudert werdet, könnt ihr euch nochmal retten. Und zwar, wenn du das nicht nochmal einsetzt. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, hab ich schon reichen lassen. Ha? Ha? Im Wasser sterben, stirbt ihr. Ja, Astrid. Werdet ihr sterben. Juri, was ist eigentlich für ein Spiel, die ich... Du hast dir jetzt sagen sollen, wir sollen nicht im Stream lauter stellen. Was geht's eigentlich, oder was ist das für ein Spiel? Ihr müsst nur mal... Hab ich doch im Stream gesagt. Ja, super, ich hab den genügt, dann soll ich mich doppelt. Und dann, erst ab der Hälfte, hab ich's gemerkt, dass du was ins Stream lauterst. Ah, dann hab ich's selber schuld. Ne, das heißt... Also, das heißt Hidden Path of Fairy... Ja. Und... Aber warte mal, die Handysgabe zu sagen. Oh, nein! Oh, scheiße. Oh, nein! Nein! Oh! Oh! Die Stelle, wo ich mich retten wollte, ist so genau in den Moment weggekommen. Ja, ja! Oh, da ist ein... Da ist ein... Was? Hier ist unter Wasser ein Willetsche-Dorf. Einfallsreich genug. Ah, nein! Wo ist da ein Willetsche-Dorf? Da wo... Unter Wasser. Ja! Ja gewonnen! Gewonnen! Ja, haha! Ah! Wuuu! Ich freue mich, dass er einmal gewonnen hat. Ey, das kommt nicht so oft vor. Jawohl! Nö, das kommt echt nicht so oft vor. Ja, und die Criver! Und was? Lisa, du bist rausgeflogen. Ja. Okay. Einmal hab. Es ist eigentlich, sie won the chamber, nur halt, äh, Lisa Criver. Und man kann, äh... Äh, was? Wie kann ich nichts mehr abschreiben?